Liebe Freunde der E-Mobilität, ja seit kurzem überschlagen sich die Medien, vor allem die elektronischen vor lauter Ankündigungen, was Tesla alles liefern wird mit dem Battery Day, nämlich Vehicle to Grid und Vehicle to Home und Virtual Power Plant und man wird mit dem Auto Geld verdienen können als Energiespeicher, lauter solche Sachen liest man und aus meiner Sicht entbehren die allermeisten absolut jeder technischen und wirtschaftlichen Grundlage. Ja, also was es da mit Aufsicht hat aus meiner Sicht, das erkläre ich euch gleich. Servus und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, was hat es da mit Aufsicht? Kann man dann mit einem neuen Tesla, der jetzt dann kommen wird mit der 1,6 Millionen Kilometer Batterie, kann man mit dem dann zum Stromlieferanten werden? Ist das sinnvoll? Rechnet sich das überhaupt? Und wie funktioniert das? Dazu muss man ein bisschen mal ausholen. Was heißt das überhaupt? Vehicle to Grid, also V2G oder V2H, Vehicle to Home oder Virtual Power Plant, was bedeutet das überhaupt alles? Vehicle to Home heißt einfach, das wäre die Idee, dass man den Autoakku nutzt, um Überschussstrom zum Beispiel aus der Photovoltaikanlage dann zu Zeiten, wo dieser Strom nicht zur Verfügung steht, im Haushalt nutzen kann als Eigenverbraucher. Dann gibt es noch Vehicle to Grid, das heißt das Gleiche, nur mit einer Einspeisung ins Netz oder Virtual Power Plant, das sage ich überhaupt. Ich mache in einem Rahmen einer Vernetzung jedes Auto zum ferngesteuerten Stromlieferanten und dann kann irgendeiner, ein Netzbetreiber, eigentlich nicht ein Netzbetreiber, das geht aus rechtlichen Gründen nicht, ein anderer Stromlieferant auf einmal darauf zugreifen und da Strom einspeisen aus meinem Autoakku. So, das gibt es im Grunde zumindest teilweise schon mit Shatemo Autos in Japan, schon x-fach umgesetzt, aber ein bisschen aus anderen Gründen. Mit CCS gibt es, soweit ich weiß, kein wirkliches größeres Projekt, wo das tatsächlich in größerem Rahmen umgesetzt wurde. Das dürfte auch mit CCS nicht ganz so leicht sein. Ich muss ehrlich sagen, mit diesen ganzen technischen Details, da kenne ich mich nicht aus, darüber habe ich mich gar nicht informiert. Für mich ist es noch viel zu sehr ein Randthema, als dass ich mich da gröber einlesen würde, aber so vom Grundkonzept her ist es ganz klar, es soll die Gleichspannung, der Gleichstrom aus dem Autoakku als Wechselstrom ins Netz oder ins Hausnetz eingespeist werden. Das reicht mal, wenn man das verstanden hat. Und dann muss man sich noch fragen, warum fließt überhaupt Strom dort und dahin? Ganz kurz nur, Strom fließt natürlich immer vom höheren Spannungsniveau zum niedrigeren, also das Kraftwerk erzeugt eine höhere Spannung, als der Verbraucher dann hat. Da gibt es einen Verlust auf dem Leitungsweg und man kann das umdrehen, zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage, dann regelt einfach der Wechselrichter des Photovoltaiksystems die Spannung so hoch, dass sie höher ist als im umgebenden Netz, dann fließt der Strom ins Netz. Soweit, ja, nicht so kompliziert, kann man sich auch analog mit einem Wasserleitungsnetz so vorstellen. Wenn man eine Pumpe anschließen würde und Wasser ins Netz drücken würde, dann würde auf einmal der Wasserzähler rückwärts laufen. Nein, das ist nicht erlaubt, alleine schon aus hygienischen Gründen nicht. Gut, soweit zu diesen technischen und zu den Begrifflichkeiten. Bleiben wir mal bei Vehicle to Home. Also die Installation eines solchen Systems kostet ganz sicher, selbst wenn man es in großen Stückzahlen produziert, mehrere tausend Euro. Also unter 3000 Euro wird sich da auch bei großen Stückzahlen nichts abspielen. Zur Zeit würde das auch noch viele tausend Euro mehr kosten. Also selbst wenn man das jetzt einmal versucht in größeren Stückzahlen zu starten, 5, 6, 7 tausend Euro inklusive Installation würde das schnell mal kosten, vor allem wenn es ein bisschen Leistung bringen kann. Also nicht nur ein, zwei kW, sondern ordentlich mal so 10, 15 kW, damit man auch so richtig Spitzen abfangen kann. Oder damit man auch wirklich seinen vollen Hausbedarf damit decken kann, sozusagen autark werden. Da gibt es aber dann noch ein Problem, nämlich einfach ein zeitliches Problem, dass nämlich normalerweise das Elektroauto zu dem Zeitpunkt, wo der Photovoltaikstrom zum Beispiel gerade im Haus produziert wird, gar nicht zu Hause parkt. Das heißt eigentlich müsste das Auto mehr stehen als fahren, was per se schon mal nicht besonders sinnvoll ist. Dazu komme ich dann später noch. Dann geht es einen Schritt weiter, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man parkt jetzt beim Arbeitgeber und könnte dort von einer Photovoltaikanlage den Strom da ins Auto laden, mit nach Hause nehmen und zu Hause verbrauchen. Dann müsste man sich das noch irgendwie mit dem Arbeitgeber abrechnen. Dann ist auch die Frage, wie das rechtlich genau ist, wenn man da Strom, weil dann verkauft mehr oder weniger auf einmal der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Strom, den er dann sozusagen mit nach Hause nimmt. Ja, könnte man alles noch irgendwie vielleicht regeln, aber ich denke zur Zeit ist das rechtlich nicht möglich. Dazu kommt dann, dass man auf einmal zwei Vehicle-to-Home-Anlagen oder Vehicle-to-Grid-Anlagen braucht. Das ist eigentlich Vehicle-to-Home, nämlich am Parkplatz, am üblichen Parkplatz und zu Hause. Damit relativiert sich das noch mehr so. Und wie viel könnte man denn da so ungefähr an Kosten rausschlagen bei dem System? Nehmen wir jetzt einmal diesen 1,6 Millionen Kilometer Akku. Wenn man den mit 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer fährt, dann wären das 288.000 Kilowattstunden. Wenn man nichts anderes tut, als mit dem Autostrom rein raus für Nutzungszwecke allgemeine. So, das ergebe bei einem Preis von 7 Cent und ich habe mir das da rausgesucht aus der Wikipedia vom Fraunhofer ISE die Stromgestehungskosten bei PV, also mit 7 Cent sind wir da ziemlich dabei. Dann könnte man mit diesen 288.000 Kilowattstunden 20.000 Euro sozusagen sich sparen an Stromkosten. Ja, dann kämen noch Netzkosten dazu. Ist ein bisschen ein anderes Thema, aber bleiben wir mal dabei. Also so generell, wenn ich da Strom sozusagen verkaufe ins Netz dann, das wäre ein bisschen der andere Fall, wenn ich es natürlich jetzt rein für den Eigenbedarf, dann könnte ich einen anderen höheren Satz ansetzen, weil wir wissen, Strom kostet doch etwas mehr aus dem Netz als nur diese Stromgestehungskosten. Aber irgendwo wird man dann landen bei vielleicht im allerbesten Fall 20.000, vielleicht 30.000 Euro, die man da verdienen könnte. Aber da müsste man 100% davon nur für diesen Zweck nutzen. Und ganz ehrlich, viel mehr als 10, 15, 20% werden da nicht drinnen sein. Und wenn 10% von 30.000 sind, nur 3.000, damit hat man noch nicht mal ansatzweise die Investitionskosten herinnen. Also so richtig Geld damit sparen, das wird sehr schwierig werden. Außerdem, das nächste Problem ist, wenn man jetzt versucht, Vehicle to Grid, ja, also das wäre so das, wo alle sagen, wow, das wäre jetzt toll, dann könnte man die Autos so als Speicher nutzen, während so viel Überschussstrom vorhanden ist. Und dann verkauft man den wieder, dann bekommt man das nächste Problem, nämlich das Abrechnungsproblem. Man wird zum Strom einspeiser, ja, das gibt es jetzt schon natürlich, natürlich, dass man mit einer Photovoltaikanlage Strom einspeist. Aber wie gesagt, das muss man alles abrechnen, das muss alles fair abgerechnet sein. Und was wird passieren, wenn alle das tun? Der Strompreis wird in den Keller sinken. Dann werden wir irgendwo landen bei 3, 4, 5 Cent pro Kilowattstunde auf einmal, die man dafür erlösen kann. Und damit sinkt nochmal ganz massiv die Möglichkeit, damit sozusagen Geld zu verdienen. Abgesehen vom Rechtlichen, vom Vertraglichen, vom Abrechnungstechnischen, das ist alles nicht ganz so einfach, wie sich das alle vorstellen, denke ich. Jeder, der eine größere PV-Anlage hat, kann ein Lied davon singen, wie aufwendig das ist, rein rechtlich und finanziell, fiskalisch. Es ist eigentlich ein Horror und es ist eigentlich keine Besserung in Sicht. Ja, also wie gesagt, äußerst schwierig damit, Geld zu verdienen, indem man Strom sozusagen verkauft, weil, wie gesagt, es würde zur absoluten Vergleichmäßigung des Strompreises kommen. Strom würde zu jeder Zeit gleich viel kosten. Damit fällt nämlich auch diese Spanne weg, dass ich zum Beispiel sage, okay, es ist jetzt nicht mein selbstproduzierter Strom, sondern ich kaufe den im Netz zu günstigsten Preisen, wenn Strom im Übermaß vorhanden ist und dann verkaufe ich den zu Spitzenzeiten. Ja, da wird dann die Spanne verdammt klein werden, nur mehr wenige Cent, weil einfach so viel Speicherkapazität da ist. Wenn jedes Auto das kann, dann ist die Speichermenge so riesig, dass im Grunde sich das für keinen mehr rechnet, weil das einen absolut gleichmäßigen Preis vorgesehen würde. Der Strommarkt sozusagen, also der Strommarkt, der hat eine bestimmte Größe und je mehr Teilnehmer da sind, je mehr einspeisen, umso kleiner wird das Kuchenstück für jeden Einzelnen. Also das wird äußerst schwierig, damit Geld zu verdienen. Dann kommt noch etwas dazu, die Netze sind nicht unbedingt dafür gemacht, dass dann dort in den Gegenden, wo es besonders viele Elektroautos gibt, der ganze Strom eingespeist wird, dann für andere Gegenden, die den brauchen würden. Also selbst das könnte ein Problem sein, ja, vor allem in entfernten Lagen. Wir würden da immer mit den Spannungen ziemlich hinaufkommen. Und wie verteilt man das dann überhaupt fair, denn einer, der weiter hinten sitzt, das habe ich ja vorhin gesagt, mit dem Spannungsniveau, also der am letzten Ende, der müsste die höchste Spannung haben, damit er überhaupt noch mal was ins Netz hineindrücken kann, wenn man so will. Der hat also eine schlechtere Position, denn irgendwann ist die Maximalspannung im Netz erreicht, dann kriegt der gar nichts mehr rein. Das heißt, die, die vorne sitzen, näher am Trafo, die heben einfach die Spannung, die drücken ihren ganzen Strom ins Netz und die hinten sind dann die Blöden, die haben investiert und werden ihren Strom nicht los, weil sie den gar nicht ins Netz reinkriegen, weil eben schon irgendwann der Spannungsdeckel erreicht ist, also die maximal zulässige Netzspannung. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wie würde man das fair verteilen, wer darf jetzt wann wie viel einspeisen, das ist nicht zu regulieren. Das kann man wirklich vergessen, technisch gesehen, hier wird das einfach nicht möglich sein. Wenn das alle machen, wenn alle Elektroautos diese Funktion haben, dann haben wir einen riesigen Speicher. Wirklich, das ist ein unfassbar großer Speicher. Wäre das so ein Elektroauto wie ein Model 3 mit 75 Kilowattstunden, wenn das jeder zu Hause hat und jeder, nicht jetzt ein Model 3, aber ein Auto mit dieser Speicherkapazität und jeder kann einspeisen, also dann könnt ihr euch ausrechnen, was für eine Überkapazität da vorhanden ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das Nächste ist, wozu ist das überhaupt gut? Warum heißt das Vehicle-to-Grid? Ganz einfach, weil es eigentlich dem Netz dienen würde. Was ja eine ganz andere Lösung, das gibt es ja schon. Tesla baut diese großen Speicher in Australien, haben die geholfen, diese Blackouts zu vermeiden. Das liegt vor allem daran, nämlich dass ein Kohlekraftwerk zum Beispiel nicht so schnell hochgefahren werden kann und schnell auch wieder runtergefahren werden kann. Und wenn da eine Verbrauchsspitze auf einmal kommt, kann es passieren, dass dieses System durch Regelungsschwankungen einfach zusammenbricht. Irgendwann, wenn die Spannung bestimmte Grenzwerte unterschreitet oder überschreitet, dann kommt es zu einer Notabschaltung und dann bricht das Netz zusammen. Und diese Extremschwankungen kann so ein Speicherkraftwerk, wie es Tesla gebaut hat, super toll ausgleichen. Also das ist eigentlich, wie ihr seht, eine Investition ins Netz, in die Betriebssicherheit. Das ist das eine. Ja, das soll das Vehicle-to-Grid-System auch bringen. Aber wie gesagt, so ein stationärer großer Speicher ist ein Vorteil für die Sicherheit des Netzes und man kann damit auch Netzausbaukosten sparen, indem man zum Beispiel keinen Trafo wechseln muss, keine Leitungen verstärken muss. Man platziert dezentrale, relativ kleine Speicher in der Größenordnung eines Containers. Das macht der Netzbetreiber dann, um das Netz zu stabilisieren. Da haben wir das nächste Problem. Die Netzbetreiber und die Stromlieferanten sind wirtschaftlich getrennt. In Europa, das ist so, muss so sein. Das hat die EU so festgelegt. Das hat auch gewisse Vorteile, es hat auch Nachteile. Aber das ist eben so. Der Energielieferant ist jemand komplett anderer, auch wenn das früher mal die gleichen Unternehmen waren oder verbunden. Aber wirtschaftlich müssen die getrennt sein. Das heißt, wenn ich jetzt Strom einspeise, dann bekomme ich zwar etwas für die Energie von irgendeinem Energielieferanten oder der normalen Energielieferant ist, der müsste mir was vergüten dafür, damit er den Strom dann wieder wem anderen verkaufen kann. Aber eigentlich würde ich das Netz stabilisieren. Also sozusagen müsste ich auch was vom Netzbetreiber bekommen, für das, dass ich das Netz stabilisiere. Irgendein Fixum dafür, dass ich das vorhalte. Aber ein Auto ist nicht immer verfügbar. Da müsste man dann auch sagen, ja, wenn der dann nie dort steht, warum bekommt der dann überhaupt eine Vergütung dafür? Da müsste also irgendwer im Prozentsatz geregelt werden. Das ist furchtbar kompliziert, weil ein Auto ja nicht immer da ist. Also wahnsinnig schwer abzugelten. Energie und Netznutzen und wer hat jetzt welchen Nutzen und wer darf wie viel beitragen, wer kann wie viel beitragen. Unfassbar kompliziert. Das ist nicht unter einen Hut zu bringen, das Ganze aus meiner Sicht. Das wird nicht fair zu regulieren sein. Deswegen, wie gesagt, stezentrale Speicher, aber stationäre Speicher, die das Netz stabilisieren, bin ich voll dabei, glaube ich sofort, die auch für den Energiehandel wichtig sind, um diesen Zappelstrom zu speichern. Auch eine tolle Sache, wird ganz sicher kommen. Die lassen sich auch in einem virtuellen Powerplant, also in einem virtuellen Kraftwerk zusammenfassen, so dass die dann über ein zentrales, übergeordnetes Steuerungssystem sinnvoll gesteuert werden. Ja, das ergibt extrem viel Sinn und das wird ganz sicher kommen. Und dann kommt es noch zum allerletzten Denkfehler in diesem ganzen Geschwurbel rund um Tesla. Mit dem Tesla wird man Geld verdienen können, weil man Energie einspeist. Das allerletzte große Problem ist, ein Auto soll ja fahren. Ein Auto soll ja nicht herumstehen und gerade Tesla kündigt doch an, dass die Autos autonom fahren werden können. Dann haben wir ja gar keine Zeit, um am Stromhandel teilzunehmen und das Netz zu stabilisieren. Das ist ja ein Widerspruch in sich, wenn man sich ansieht, was Tesla ganz massiv erfolgt, dann ist das autonomes Fahren. Das heißt, die Autos sollen ja fahren und nicht stehen, um beizutragen, warum sollte dann Tesla auf der anderen Seite ein System versuchen zu etablieren, das das total konterkariert. Das wäre die totale Gegenentwicklung. Das Auto sollte nur mehr stehen. Und es ist ganz sicher billiger, einen stationären Speicher zu bauen mit der gleichen Kapazität, als dem Ding auch noch Räder zu geben und es fahrbar zu machen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Aus meiner Sicht wird das aus diesem Grund nicht kommen. Nein, aber bei dem Battery Day kann ich mir wirklich vorstellen, dass man so kleinere Module präsentieren wird, für Netzbetreiber zum Beispiel. Oder, was natürlich ein großes Thema werden wird, kleine Stromnetze, die abgeschieden sind, teilweise auf Inseln oder in Insellagen, wie es so schön heißt. Dafür ergebe dieser Puffer über die Autos natürlich einen Sinn. Da ist das auch ein abgegrenzter Bereich. Da kann man das mit der Verrechnung und so weiter viel leichter in den Griff bekommen. Trotzdem muss es die rechtlichen Grundlagen geben. Das ist nicht ganz so einfach. Ja, und da lassen sich die Großen natürlich auch nicht so leicht in die Superspucken. Bitte vergesst nicht, die Energienetze, also Strom und Gasnetz, das sind die letzten Monopole am Energiesektor. Es gibt sonst keine Monopole mehr. Man kann überall beziehen. Den Strom selbst kann man überall beziehen. Das Gas kann man überall beziehen. Treibstoffe kann man überall kaufen von verschiedensten Anbietern. Aber man hat nur einen Anschluss ans Stromnetz und nur einen Anschluss ans Gasnetz. Und da werden die Betreiber dieser Netze so gut es geht und so massiv es geht dagegen arbeiten, dass irgendjemand hier ein neuer Netzteilnehmer sozusagen wird, dass sich Parallelnetze bilden. Auch da wird es ganz massiven Widerstand geben. Ich weiß, da versuchen einige das gerade aufzubrechen, aber das wird auch nicht leicht werden. Also technisch ergibt es aus meiner Sicht nicht viel Sinn eben, weil Autos sollen fahren und nicht stehen. Deswegen sind sie als Speicher mal nicht besonders schlau. Das zweite ist alleine der Aufwand, um den Strom aus dem Auto wieder ins Netz zu kriegen, das vernünftig zu regeln. Wer darf wie viel? Das alles zusammen ist wahnsinnig schwierig. Das zu verrechnen ist sehr schwierig. Das fair zu verrechnen vor allem. Also unterm Strich ergibt das einfach von vorn bis hinten keinen Sinn. Und warum? Seit Jahren wird an diesen Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home-Systemen gebastelt und es ist noch immer nichts vernünftig angekommen. In regelmäßigen Abständen werde ich gefragt, na gibt es jetzt schon was? Und ehrlich gesagt, mir kommt nie irgendwas zu Ohren, was über irgendein Prototypen-Projekt-Stadium hinausgegangen wäre. Also es ist ein richtiges Produkt, wo man sagt, super, da gibt es ein tolles Produkt, das erfüllt voll die Anforderungen. Und ganz ehrlich, ich kenne das ja von den SAPI-Ladestationen, übrigens für das PV-Überschussladen. Das ist ein typisches Selbstständigen- und Pensionisten-Thema. Die parken einfach untertags bei ihrer eigenen Photovoltaikanlage alle anderen nicht. Also ihr seht, das hat so viele Pferdefüße, dieses System. Also meine Meinung dazu, das kommt. So nicht, wie sich das jetzt alle so zusammenreimen und glauben, dass das alles kommen könnte. Ja, wenn euch das gefallen hat und was glaubt ihr eigentlich? Genau, was glaubt ihr? Kommt das so? Kommt das anders? Ergibt das überhaupt keinen Sinn? Bitte unten kommentieren und wem das Video gefallen hat, bitte liken, nicht vergessen, Kanal abonnieren, das Glöckchen vielleicht auch noch. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Ich freue mich schon. Ciao. Ciao. Ciao.